Musik Alle Schüler sollten mit folgendem ausgestattet sein. Ein Kessel, Zinn, Normgröße 2, zudem ist ihnen das Mitbringen einer Eule oder Katze oder Kröte gestattet. Kriegen wir das alles in London? Du musst dich nur auskennen. Ah, Hagrid! Heute wieder das Übliche? Nein, danke, Tom. Ich bin im Auftrag von Hogwarts unterwegs. Ich helfe unserem jungen Harry, Schulsachen zu besorgen. Mir fehlen die Worte. Es ist Harry Potter. Willkommen zu Hause, Mr. Potter. Willkommen zu Hause. Doris Crockford. Mr. Potter, ich kann's kaum glauben, dass ich Sie einmal persönlich kennenlerne. Harry! Potter! Wie sehr es mich freut, Sie kennenzulernen. Hallo, Professor. Ich hab Sie gar nicht gesehen. Harry, das ist Professor Quarren, dein Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts. Oh, sehr freut. Ein fürchterlich faszinierendes Fach. Nicht, dass Sie's möglich hätten. Oder Potter? Also, wir müssen weiter. Viel zu besorgen. Auf Wiedersehen. Alle Schüler sollten mit folgendem ausgestattet sein. Mit etwas ausgestattet sein. Mit etwas ausgestattet sein. Es ist ausgestattet mit Alarmsystemen. Ein Kessel, Zinn, Normgröße 2. Zudem ist Ihnen das Mitbringen einer Eule oder Katze oder Kröte gestattet. Zudem Zudem Aber es ist zudem ein Wunder. Gestattet Es ist nicht gestattet, hier Musik zu spielen. Kriegen wir das alles in London? Du musst dich nur auskennen. Sich auskennen Sich auskennen Ich muss mich auskennen Ich kenne mich mit Autos nicht aus Ah, Hagrid! Heute wieder das Übliche? Das Übliche Das Übliche Das Übliche Dann nehme ich auch das Übliche Ja, sicher. Wir werden das Übliche tun. Nein, danke, Tom. Ich bin im Auftrag von Hogwarts unterwegs. Im Auftrag von Im Auftrag von Ich schreibe Ihnen im Auftrag von Ich helfe unserem jungen Harry, Schulsachen zu besorgen. Besorgen 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 Ich besorge alles, was du brauchst. Ich besorge ihr ein Zimmer in meinem Hotel. Ich muss Bier besorgen Mir fehlen die Worte. Es ist Harry Potter. Willkommen zu Hause, Mr. Potter. Willkommen zu Hause. Doris Crockford. Mr. Potter, ich kann es kaum glauben, dass ich Sie einmal persönlich kennenlerne. Harry Potter, wie sehr es mich freut, Sie kennenzulernen. Hallo, Professor. Ich habe Sie gar nicht gesehen. Harry, das ist Professor Quarren, dein Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts. Die Verteidigung Die Verteidigung Die Verteidigung Zu meiner Verteidigung. Es war lustig. Es ist auch meine beste Verteidigung. Oh, sehr erfreut. Ein fürchterlich faszinierendes Fach. Fürchterlich Fürchterlich Faszinierend Faszinierend Das Fach Das Fach Welche Fächer unterrichten Sie? Mein Lieblingsfach ist Deutsch. Nicht, dass Sie es nötig hätten. Oder Potter? Nötig haben Nötig haben Nötig haben Du hast es nötig. Mehr als ich. Also, wir müssen weiter. Viel zu besorgen. Auf Wiedersehen. Faszinierend 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 Untertitelung des ZDF, 2020